Und einmal, einmal da hat er fast das ganze Haus in Brand gesteckt mit dem Grinieren. Na ja, das muss auch gelernt sein. Rück dein Geld raus! Sven, wisst du es? Die Handschellen, leg sie dir an! Mach keine Witze, ich sag's nicht zweimal! Melinda, ich wurde überfallen. Kannst du nicht losmachen? Du hast es nicht gemerkt oder sind sie nicht interessiert? Ich hab keine Ahnung. Miststück! Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig! Mama? Ja, ich kann jetzt gar nicht. Los! Framte Scheiße!